Welches Pokémon ist das? Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welches Pokémon ist das? Welches Pokémon ist das? Die heutige Folge befasst sich mit einem Pokémon vom Typ Stahl und Gestein. Das Pokémon ist die Weiterentwicklung von einem Pokémon und kann sich wiederum weiterentwickeln. Trägt im Nationaldex die Nummer 305, im Höhendex die Nummer 71. Das Pokémon konnte die Fähigkeit Steinhaupt, die Schaden von Rückstoßattacken verhindert, sowie die Fähigkeit Robustheit. Robustheit hatte den Effekt, dass eine K.O.-Attacke, die ein Pokémon mit einem Treffer besiegt hätte, keine Wirkung haben. Das Pokémon ist also robuster. Kommen wir nun zur Auflösung. Das Pokémon, über das wir reden, hat folgende mögliche Namensherkunft. Die Worte Stollen und Drache, wir reden über das Pokémon Stollrack.